So, hallo, da sind wir wieder bei Indie Replicant. Wir sind in Fassade und können hier ein paar Aufgaben erledigen. Achso, hier gibt es keine Karte. Kann ich die irgendwo kaufen? Karte der Wüste. Nehmen wir auch mal mit. Muss mal der Heilsalm. Wassermelone. Und dann nehme ich mal ein bisschen mehr mit. So, was gibt es hier noch? Jetzt können wir auf die Map gucken. Oh, da ist eigentlich gleich der Waffenhändler. Oh, hier unten ist gleich noch eine Quest hier oben auch. Ei, ei, ei. Es gibt einiges zu tun. Von wem sprechen die? Ach, der. Und weg ist er. Ach, für den ist Ding. Aber ich wollte eigentlich was kaufen. Okay, geht anscheinend nicht. Okay. 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 Jetzt kommen wir mal. Hier komm ich nicht hoch. Warum? Und warum? Oh? Ich schaue dich aus, Tatoza. Wow, du klingtest ziemlich depreter. Ich habe mich vergeschlossert, und ich habe mich vergeschlossert. Ich hoffe, du hast keine Sympathie von uns. Ah, das stimmt. Ich habe mich für die Totschiri-Ki-Ori-U. Ich habe mich für die Zergarn und Sezawa-Deyt. Ich habe mich für die Zergarn und Sezawa-Deyt. So, du willst uns für die Wolves ein? Das stimmt, Ori! Tatoru-Sata! Du bist so verletzt, dass du dich verletzt hast. Ich glaube, wir können helfen. Du bist so verletzt, Ori! Zergarn und Sezawa-Deyt. Zergarn und Sezawa-Deyt. Zergarn und Sezawa-Deyt. Okay, hoffentlich nimmt sie dich trotzdem nicht zurück. Kuken, Izusa! Was brauchst du? Zergarn und Sezawa-Deyt. Ich kann nicht sagen, ob ich es habe. Entschuldigung. Aber wir würden uns gerne auf die Zergarn und wissen, ob wir etwas finden finden können. Das ist die Frau, die Sie mit den Schmerzen oder Schmerzen haben? Ich bin ein, wenn ich mich mit den Zergarn und den Zergarn. Ich bin ein, wenn ich mich mit den Zergarn und den Zergarn. Ich bin ein, wenn ich mich mit den Zergarn. Ich bin ein, wenn ich mich mit den Zergarn. Mh. OK. Ähh. Wo können wir denn noch, her? Wo war denn dieser Lebensmittelladen? Oder auf der anderen Seite? Ich hoff's. Könntest du doch überspringen, oder? Okay, was habt ihr Schönes? Ich habe doch Wassermelone. Ach, das sind die Samen. Achso, 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 okay. Nee, da hole ich mal noch nix. Da hole ich mal noch nix. Hast mal die Finger davon. Ist mir noch ein bisschen zu teuer. Ja, ist hier noch irgendwas? Naja, sieht nicht danach aus. Halt. 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 Das war's für heute. 10 Runde gestreifte Lebensmittel, ja, das sind ja wahrscheinlich Wassermelonen, ne? Ähm, ich denke, du musst mehr spezifisch sein. Ihr habt komische Regeln. Ich bin sicher, dass ich es zu Ihnen bringen. Diese Regeln sind absoluten Sprecher. Diese Person kann uns gar nicht sagen, was sie uns kaufen wollen. Ich habe nie in meiner Leben gesehen, dass ich so dumm. Es ist kein Problem. Komm mal, das muss dich irritieren. Natürlich, ein wenig. Aber ich glaube, dass sie eine Grund für das, selbst wenn wir nicht verstehen. Das ist eine sehr breitminde Sache zu sagen. Du fühlst dich gut? Das war fast ein Kompliment. Ich bin hier im Uris. Ich bin hier im Tatojari. 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 Okay, seltsame Dinge laden. Ja. Ich bin hier im Tatojari. Was ich ihm so viel als einfach... find ihn? Okay, so geht's! We're going to have the Kai'san and the other... ...Felwato and the other, then we're going to have the Kai'san and the other... ...and we're going to have the Kai'san and the other... ...and we're going to have the Kai'san. We're not, my good man! Pray, elucidate us on the nature of this object. I'm sorry, I'm sorry. We're going to have the same path that we have to go. Go! Ja, her damit! It looks valuable. Are you sure? No, no. We're going to have the same path after today. Then we would be honored to receive it. Thank you. That's fantastic. So, then we're going to go here. Interesting. Here I didn't even know. There's there... ...The King. ...The Queen. Jorrisusta... Tesle, Tasa... ...okiroigo! Ah, you sure you want to be doing that? It seems pretty important. Da, Jori... ...Dase de dasara to chizukare da! Kai'san... ...wakut te zogai-ken.. Können wir hier noch irgendwas entdecken? Hier oben. Nö, ich glaube, hier ist nix. Okay, da steht noch jemand. Komme ich dann wieder zurück? Zum Palast? Ich gehe erst noch mal kurz in den Palast. Sonst muss ich vielleicht wieder so eine Gondelfahrt machen. Da habe ich keine Lust drauf. Ach, hier war nur das Bett. Okay, was für ein Arsch. Super, super. 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 Das war's für heute. Ich habe sie hier, was ich da, oder? Ich bin schon. Ich habe hier euch mitbekommen. Ich bin der Zergant, Sezawa, und Yu- Ja. Aber ich bin der Zergant. Jetzt kommt die Zergant, wo ich bin. Ich meine, mir geht es gut. Unterste Ebene, ne? Na gut, gehen wir noch mal hier runter. Geht's noch weiter runter? Ist das schon das Unterste, was geht? Ach, da steht noch ein an der Mitte, ne? Okay. Wie komme ich da hin? Der müsste doch eigentlich den Überblick haben. Okay, wie komme ich da in die Mitte? Okay. Schon was so Labyrinth-mäßiges, ne? Komm ich da hin? Ah, okay, da kann ich einfach drauf springen. Sehr gut. Wir sind alle auf cannibale Kordenton und traf mich an. Aus demondersarm bärchen immer so. Gäß, lieber Ooin landfill. Was heurell ich an, will du? Die Beziehungen umług entirely zu. Du bist alle Universelem. Aqui im Hintergrund sevener Port. Gäß ist, erst hier hier im Internet an. Na toll. W sowas habe ich ja kein Bock. Do you truly think this is the best way to increase community solidarity? Hey, I'm all for making friends. Let's do it. Der Empfänger ist die Person, die die linke Seite des Ausgangs bewacht. Okay. Da ist auch nochmal eine Leiter. Okay. Ist hier noch irgendjemand auf der untersten Ebene? Da war da noch ein Hinweis mit dem Mädchen. Unterste Ebene oder so. Den Ausgang bewacht. Okay. Ja, der Ausgang ist ja auch gleichzeitig der Eingang. Linke Seite. Michi. Are you the first recipient? Kiesai! Die Linke des Königs Maskenmenschen arbeiten für den König Die Linke des Königs Maskenmenschen arbeiten für den König Okay Ist die Person, die die Kinder betreut? Die Nachricht lautet, Kinder betreuen können schwierig sein Wo ist denn eine Person, die Kinder betreut? Die Person, die Kinder betreut Das heißt ja, dass da irgendwo auch Kinder rumstellen müssen Machen da irgendwo Kinder? Ja, die sehen aus wie Kiddies Aber hier ist niemand Den wir ansprechen können Naja gut, dann sehen wir uns einfach mal um Würde ich sagen Die Person, die Kinder betreut Ist irgendwie symbolisch gemeint Das heißt ja, die Kinder betreut Die Person, die Kinder betreut Ist定来了 Sachen sage, die Kinder betreut Ich habe zu generalized Hier bist du�� Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist er, hm? Komm ich rüber? Shit! Da komm ich echt nicht rüber. Hm, jaja. Ist ja gut. Hab's verstanden. Jetzt müssen wir mal wählen, wo die Person ist. Die Frage ist, kann ich überhaupt drüberspringen? Ja, geht. Wächter im Südosten. Nur der Adel darf die Schatzkammer betreten. Wächter im Südosten. Südosten. Das muss er dann da hinten im Eck sein, ne? Denk ich mir mal. Südosten. 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 Da wächter im Südosten. Ich denk mal, dass das irgendwo hier unten ist. Der ist es bestimmt, oder? Nur der Adel darf die Schatzkammer betreten. Es ist, hm? Es ist, hm? Es ist nur die Nobility, die die Schatzkammer betreten. Okay. 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 Die Nachricht lautet Treibsand. Wer ist denn eine langatmige Person? Treibsand. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich raus? Oh, da. Okay, eine langatmige Person. Gibt es eher das vielleicht selber? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob eine Sprechblase erscheint. Eine langatmige Person. Wer könnte das sein? Einer, der viel babbelt. Oder? Was ist damit gemeint? Hm. Wer könnte die langatmige Person sein? Tja. Bevor wir uns jetzt doch den Rest des Teils hier dumm und dämlich suchen, mache ich hier einen Cut. Und dann sehen wir mal im nächsten Part von New Replicant, wer die langatmige Person ist. Also bis dahin. Bye, bye.